Wenn man in der Früh richtig Lust hat, auf gut brunchen, findet man die richtigen Rezepte. Und wenn man sagt, man will seine Liebste verführen, findet man genauso die richtigen Rezepte. Also für jede Lebenssituation ist das Richtige dabei. Und auch für die Männer, wo wir eigene Männer wählen, das heißt das Thema Grillen kommt auch vor und das ist auch ganz cool. Das richtige Rezept zum Verführen, ich glaube, das ist bei den Frauen meistens, also bei mir wäre es was Bekanntes. Aber die Frauen verführt man eigentlich mit was Süßes am besten und das darf nicht zu groß sein. Darum würde ich sagen, die Grinkle Cookies wären perfekt. Also bei den kleinen Handgriffen, wie man die richtig erlernt, da habe ich mir gedacht, ich mache kleine kurze Videos, damit die Leute meine Fingerfertigkeit eigentlich sehen, wie leicht es eigentlich geht. Und dann wird eigentlich jedes Gericht um das Quäntchen noch besser aus, als wenn es ohne Video wäre. Und darum haben wir gesagt, wir machen Rezepte mit Videos dazu. Mein persönliches Lieblingsrezept, glaube ich, ist zur Zeit, weil wir uns ein bisschen gesünder ernähren mittlerweile, der Zucchini-Fächer. Das ist so ein Gericht, was an die Provence erinnert. Da sind Oliven dabei, Feta-Käse ist dabei. Das waren wieder zwei Griechenland, aber egal. Und das schiebt man einfach im Ofen, geht richtig rucki-zucki und man fühlt sich nach dem Essen einfach gut. Ich bin der Zschlag, da darf ich wieder dich hier camera sein.